Musik Willkommen liebe Zuschauer zur Ausgabe 2 des Videoberichtes hier auf YouTube. Heute wurden ausschließlich Tiere gerichtet und wir wollen uns das einmal kurz anschauen. Also zu den Resultaten vom Richten der Tiere. Brahman, Embra, Grand Campion Cavagna Edulas, Reservado Grand Campion Jakob Krüger. Machos, Grand Campion Technogen Ganadera S.A., Reservado Grand Campion Cavagna Edulas. Brafford, Embra, Grand Campion Isos Greenfield, Reservado Grand Campion Julio César Cantero. Machos, Grand Campion Isos Greenfield, Reservado Grand Campion Cavagna Mucho Viejo. Cuarto de Milla, Embra, Grand Campion Cooperativa Multiactiva Fernheim. Macho, Grand Campion Cooperativa Multiactiva Fernheim. Das hier sind nur einige der Resultate. Wer mehr sehen will, kann die genauen Listen auf www.neuland.com.py-rodeo in den kommenden Stunden finden. Morgen Vormittag werden unter anderem die Rassen Gelbvieh, Angus und Prangus gerichtet. Und ab 12 Uhr geht die Ausstellung auf. Soweit der Videobereich hier vom Mittwoch. Ihr könnt uns im Facebook finden und auch im Internet unter www.neuland.com.py-rodeo. Para los que buscan subtítulos en español, el video de YouTube va tener la configuración para eso también. Und ab 12 Uhr geht die Ausstellung auf.